»Weinet nicht, mein Herz«, sagt es mir, »ich werde einen Wohltäter finden, der uns förderlicher sein wird als die vierzehn Nothelfer, zu welchen ich so oft vergeblich gewallfahret bin.« Hierauf steckte eine harte Brotrinde zur Zehrung in die Tasche und ging davon. Müde und matt von der Hitze des Tages und dem weiten Wege gelangte er zur Abendzeit in dem Dorfe an, wo die reichen Vättern wohnten. Aber keiner wollte ihn kennen, keiner wollte ihn beherbergen. Mit heißen Tränen klagte er ihnen sein Elend, aber die hartherzigen Filze achteten nicht darauf, kränkten den armen Mann mit Vorwürfen und beleidigenden Sprichwörtern. Einer sprach »Junges Blut spart dein Gut«, der andere »Hopfart kommt vor dem Fall«, der dritte »Wie du's treibst, so geht's«, der vierte »Jeder ist seines Glückes schmied.« So höhnten und spotteten sie seiner, nannten ihn einen Prasser und Faulenzer, und endlich stießen sie ihn gar zur Tür hinaus. Einer solchen Aufnahme hatte sich der arme Vetter zu der reichen Siebschaft seines Weibes nicht versehen. Stumm und traurig schliche von dann an, und weil er nichts hatte, um das Schlafgeld in der Herberge zu bezahlen, musste er auf einem Heuschober im Felde übernachten. Hier wartete er schlaflos des zögernden Tages, um sich auf den Heimweg zu begeben. Da er nun wieder ins Gebirge kam, überkam ihn Harm und Bekümmernis, so sehr, dass er der Verzweiflung nahe war. Zwei Tage Arbeitslohn verloren, dachte er bei sich selber, matt und entkräftet von Gram und Hunger, ohne Trost, ohne Hoffnung, wenn du nun heimkehrest und die sechs armen Würmer dir entgegenschmachten, ihre Hände aufheben, von dir Labsal zu begehren, und du für einen Bissen Brot in einen einen stimmst.